Auch in der schönen Wachau stehen Mahnmähler, manchmal halt ein wenig versteckt. Der Welterbe-Steig zieht sich wie ein Band zwischen den 13 Gemeinden des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau und hoch über Rossorz treffe ich den Künstler Martin Krem. Ich hoffe, ich stolpere nicht. Ich komme zu Ihnen. Warten Sie, ich komme zu Ihnen hinunter. Es ist leichter. Ich muss sagen, ich bin in der Gegend hier aufgewachsen. Ich habe diesen Platz nicht gekannt und habe auch dieses etwas bedenkliche, etwas sehr bedenkliche Denkmal, das verborgen ist hinter diesem Plakat, gar nicht gekannt. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Ja, es ist interessant, dass Sie es nicht gekannt haben, weil es ist doch ziemlich prominent. Also der Welterbe-Steig ist ja sehr stark frequentiert von Touristinnen, Touristen, Wanderern. Und hier stand eben seit den 1960er Jahren das sogenannte Friedenskreuz St. Lorenz. Und bei dem Friedenskreuz ist etwas ganz Eigenartiges, nämlich es heißt Friedenskreuz, aber eigentlich ist es eine Art Heldenkreuz oder ein Heldendenkmal. Es gedenkt nämlich nur einer bestimmten Einheit der Wehrmacht, der Kampfgruppe Jokisch, nimmt dafür sich in Anspruch, für Frieden zu stehen. Und diese Aussage, dass sie als Helden dargestellt werden, muss auch in Zweifel gezogen werden, da es sich dabei ja, wie dann Recherchen von Robert Streibl und Gregor Kremser ergeben haben, von den Historikern, tatsächlich um eine Einheit handelte, die in Kriegsverbrechen am Balkan verwickelt war. Und das hat man in den 60er Jahren aufgestellt. Das ist ja auch, wenn man dahinter schaut, ein bisschen fast spooky mit einem Wehrmachtshelm und seinem Siegeskranz. Also es gab dann eine Initiative, dieses Friedenskreuz, das in den 1960er Jahren errichtet worden ist, wieder aufzubauen. Das ist dann schon ein bisschen vermodert. Und das ist eben von ehemaligen Soldaten dieser Einheit initiiert worden, mit Blaskapel in den 60er Jahren eröffnet worden. Was aber erstaunlich ist, ist, dass 2004 es wieder errichtet worden ist. Und ich habe davon erfahren durch einen Wettbewerb, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, und ich wurde dann von Cornelia Offergeld eingeladen, einen Wettbewerbsbeitrag zu machen. Jetzt wäre wahrscheinlich der erste Gedanke, den ich, und ich bin aber kein Künstler, aber hätte, ist, dass, rollen wir es weg, sprengen wir es, oder es erinnert an äußerst ungute Zeiten, weg damit. Ja. Also als ich eben von diesem Wettbewerb erfuhr und eingeladen worden bin, war das mein erster Reflex. Ich habe mir gedacht, na gut, jetzt sollen da die Künstler irgendwie eine unangenehme Situation klären. Wenn man es ernst meint, dann kann man es doch einfach abreißen. Aber ich muss sagen, das war ein Irrtum von meiner Seite. Und vor allem, als ich mir dann genauer den Ausschreibungstext angesehen habe, muss ich sagen, war ich dann überzeugt davon, dass es richtig ist, so einen Wettbewerb zu machen. Da ist nämlich gestanden im Ausschreibungstext, es soll ein Zeichen gegen Kriegsverherrlichung gesetzt werden. Und dass man sich hier so klar, auch auf Gemeindeebene positioniert in einem Wettbewerb und nicht relativiert Geschichte, sondern sich auch bekennt zu einer Aufarbeitung der Vergangenheit, das ist einfach eine tolle Leistung. Und dann habe ich sehr gerne angefangen nachzudenken. Nur, es war sehr schwierig. Also, weil was soll man hier machen? Es ist ein Friedenskreuz. Wie kann man sozusagen den Frieden wieder zu dem Kreuz bringen, wenn das Friedenskreuz lässt sich Wehrmachtsverbrechen verharmlost? Also, wie geht man vor? Und dann habe ich mich entschieden, eine antimilitaristische Arbeit zu machen und mit einem Zitat zu arbeiten. Und zwar mit einem Zitat von einem antifaschistischen Künstler, John Hartfield, ein Dada-Künstler, ein berühmter Künstler, der Erfinder der politischen Fotomontage, der bereits 1933 verwiesen hat auf die Rolle der Wehrmacht in Zusammenhang mit Hitler. Hitler als kleinwüchsiger Gärtner, der die deutsche Eiche, die allerdings brüchig ist, ergießt. Und daraus sprießen dann diese Wehrmachtshelme mit Hakenkreuz teilweise drauf. Und das war für mich ein gutes Zitat, um hier eine klare Position auch einzunehmen, wofür dieses Mahnmal nun steht. Sie haben es jetzt kurz schon vorher angesprochen, dass Sie das sehr positiv sehen, wie die Gemeindevertretung der Bürgermeister mit der Sache umgeht. Wie war es mit der Bevölkerung? Ist das angekommen? Wurde sehr viel diskutiert? Wird das ausgeschaut? Die Bevölkerung hat natürlich jetzt Probleme zum Teil damit, dass hier ein kleinwüchsiger Hitler doch stark wieder vergrößert, vor dieses Kreuzgespannt ist. Man hat sich natürlich auch über diese Hakenkreuze mokiert. Nur, ich denke, es ist auch notwendig, um Diskussion zu initiieren. Also konkret gab es da natürlich schon noch Versuche, das irgendwie jetzt zu übermalen und so. Allerdings gelingt das nicht, weil das sehr gut mit einer Graffiti-resistenten Beschichtung versehen ist, dass man es wieder reinigen kann. Und was man hier sieht, Sie haben auch mit Jugendlichen gearbeitet. Genau. Der zweite Punkt ist, man kann das als soziale Skulptur bezeichnen. Und eine soziale Skulptur bedeutet jetzt, gemeinsam mit Menschen aus der Region zusammenzuarbeiten. Und da habe ich eben mit einer Schulklasse in Krems zusammen Fotokollagen über ein halbes Jahr entwickelt. Das heißt, wir sind auch vor Ort gewesen, wir haben vor Ort fotografiert, die Schülerinnen haben aber auch andere Denkmäler, zu Hause Kriegerdenkmäler in ihren Dörfern bearbeitet. Und aus diesen historisch-künstlerischen Auseinandersetzungen sind dann diese Collagen entstanden, die den zweiten Teil des Mahnmales bilden. Also sozusagen dieser Blick in die Zukunft, was sozusagen kann, wie kann Antifaschismus heute aussehen?